Herzlich Willkommen auf dem Ralf Mahm Magazin. Natürlich steht das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund an. Und ich habe lange über meinen Tipp nachgedacht. Ich mache es heute ganz kurz und bündig. Irgendwann muss es mal wieder mit einem Heimsieg funktionieren, damit die Fans nicht mehr aus dem Stadion flüchten gehen. Mein Tipp, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund 2 zu 1. Vielen Dank für den Besuch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.